Sehr geehrte Festgäste, zum 59. Backfischfest darf ich Sie herzlich willkommen heißen. Nach der Begrüßung durch den ersten Vorsitzenden des ASV startete am 30. Juli mit dem traditionellen Fassanstich das diesjährige Ketscher Backfischfest. Eins, zwei, drei, ey, ey, noch mal. Ich weiß nicht, ob er den Kump trifft. Vier Schläge brauchte Schirmherrbürgermeister Jürgen Kappenstein, um den begehrten Gerstensaft zum Fliesen zu bringen.